Gefährlich war das nicht, als jemand den Herzschrittmacher trägt und so? Ja doch, ich habe dann hinterher, die waren alle sehr besorgt und ich habe gemerkt, ich flitter und flatter am ganzen Leib. Natürlich, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, wie ich das letzte Mal operiert wurde, hat mein Operateur gesagt, ab jetzt bist du vorsichtig, wir haben keine Ersatzteile mehr für dich. Ich habe so ziemlich alles drin, was man haben kann. Einen Halsschlag-Adder-Stand und einen Herzschrittmacher und einen Herz-Stand und Bypasse und so. Also mehr geht ja kaum noch. Mit dem, was Sie in Ihrem Leben erlebt haben? ... haben müssen, das haben wir ja.